Ich hab'n gelben. Heute ist Glückstag, kann das sein? Haben die heute Epic-Rad gehört oder so? Das liegt an unserem Gilden-Buff, den wir da laufen haben. Kann auch sein. Irgendwas muss damit sein. Also ich hab' heute auch schon. Zwei exotische und vier gelbe. Guck mal, wer das stimmt da? Du bist hinten ganz alleine. Ach so. Warum sagt mir das keiner? Ja, wir dachten, du springst ja nicht einfach in die nächsten Viecher rein. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Oh oh. Aber die Bomber hier sind auch relativ tot, ne? 30% würde ich sagen. Äh, von wo läuft man denn, verdammte Halte? Äh, von wo läuft man denn, verdammte Halte? Vom Eingang auch nicht schlecht. Wie kann ich wieder gehen? Was ist denn da immer mehr, ey? Was ist das denn hier? Öffnet das Tor zum Steinbruch, vielleicht sollten wir das machen. Wo ist denn das Tor? Das Problem ist, der Typ ist aber tot, oder? Hier. Der Typ lebt da, weil wir da eben nicht. Den drauf, hier rüberziehen. Also hier ist irgendwie nix. Vorne, da muss ein Tor sein, wo wie ich stehe. Inlaufen mit dem? Gämpft hier. Das ist okay. Das ist okay. Also hier sind wir. Bist du bereitst Ja! Also hier sind wir. Das ist's gut. ich bin mir direkt wieder umgekehrt jetzt mach die verdammte tür auf du hund alter was macht den fn zirkus hier macht die bude auf er hat sich aber immer ein niedergeklotzen der tor ist ganz woanders da steht läuft ja jetzt gehört er zurück pass auf ja das hat er dir ist nix verseuchte damme der macht hier jetzt was offen hier das macht er jetzt offen kommen 200 viecher raus alle dort wie ist er lol hat er ein stück rausgebissen oder was stein geerntet so viel wie der von dem stein hier verliert verliert er ist vielleicht keiner mehr übrig aber schon wieder eine truhe und epic drin